Moin, hier ein neues Video zum Patch PTR 265. Und zwar jetzt schon die ersten Änderungen. Das wurde hier zwar am 29.03. gepostet, aber das ist noch das, was auf dem Deutschen ist. Denn hier kann man sehen, hier ist nichts in roter Schrift. Hier sind schon die Kommentare. Das ist der aktuelle Stand der Übersetzung wohlgemerkt. Denn, was schon wieder richtig scheiße ist, wir haben uns ja alle darüber gefreut, von wegen fünf zusätzliche Beutefächer sind ab jetzt verfügbar. Und ich habe die auch direkt kaufen können. Also ich musste die nicht irgendwie freispielen oder irgendwie sowas. Und das war schon ganz geil. Ich habe mich echt darauf gefreut. Geil, ich muss nicht mehr so meine Truhe ausräumen, weil bei der Season Overall wieder alles mögliche rausschmeißen und gucken, wie ich das alles unterbringe in meiner jetzigen Truhe. Sondern ich könnte dann, wenn das Patch rauskommt, gleich fünf direkt dazukaufen. Und dann hätte ich nicht mehr so viel damit zu tun. Aber nein, was ist? Moment, hier, Vereinfachung. Schauen wir mal auf den Englischen. Denn da ist das nämlich rot. Hier. Und hier steht, additional stash tabs has been made available for all players. The cap for earning additional stash tabs through the season journey has been raised to nine. Soll heißen, du musst das freispielen. Du musst das über die Saisonreise freispielen. Wir haben bis jetzt vier dazugekriegt und die zusätzlichen fünf, wie in der deutschen hier, die zusätzlichen fünf Beutetruhe Fächer müssen aber freigespielt werden. Das ist so scheiße, ey. Leute, das kann doch echt nicht sein. Wir haben uns alle drüber gefreut. Ja geil, fünf Truhenfächer. Wir haben die halt auch gekriegt. Wir haben die auf dem PTA direkt kaufen können. Und jetzt steht hier wiederum drin, dass man die freispielen muss. Wie scheiße ist das denn bitte, ey? Das ist doch Bullshit. Du brauchst anderthalb Jahre, um fünf Saisons zu spielen, um das frei zu spielen. Also fünfmal 13, 15 Monate, noch ein bisschen Off-Season. Also da ist man bei anderthalb Jahren, um die ganze freigespielt zu haben. Wie kacke ist das denn? Also das richtet mich jetzt schon wieder richtig auf. PS4 will able to purchase 70 additional stash tabs with gold upon login. Ja. Da waren es nämlich 140 Beutetruhe sind jetzt verfügbar. Ja, toll. Super, ey. Also gute Klinge. Ich hab keine Ahnung, wie viel das nun ist, aber das wurde salbiert. Toll. All tabs are available immediately upon login and PTA for testing purpose only. Ja, super. Da steht's nämlich. Hier kann man das auf dem PTA direkt testen. Aber mal ehrlich, was soll man da groß testen? Ob ich das, äh, fach wirklich kriege, wenn ich das Gold bezahlt habe oder nicht? Ja, das ist nun völliger Bullshit hier. Also das ist Quatsch. Das geht mir richtig auf den Sack. Man kann es testen auf dem PTA. Oh ja, toll. Ob ich nun die fünf hab oder nicht auf dem PTA ist sowieso Wumpe. Also mal ehrlich. Das muss auf dem Live-Server mussten die sofort da sein und nicht über die Saisonreise erreichbar sein. Und auf dem PTA kann man sich die gleich direkt kaufen. Ja toll. Für die ganzen neuen Shit, den man da hinterhergeschmissen kriegt, kann man das in die fünf Fächer direkt reinschmeißen. Ey, gut. Bevor man sich weiter aufregt, hier weiteres, ähm, äh, rote Schrift. There are new rewards for completing the entirely, in entirety of the season journey. Guardian. Das ist Vechter. For season 17, the Galactic Rings are available. Dazu habe ich ein kleines, kurzes Video gemacht, wenn die ganze Reise bis dorthin sehen will, nämlich die ganze Saisonjourney durch. Kann sich die ganze, ähm, äh, Playlist angucken. Aber da, ähm, das ist auch neu, dass erst ab Guardian diese, ähm, Flügel verfügbar sind. Das heißt, du musst wirklich die komplette Saisonreise durchmachen. Und vorher war das irgendwie eine Schritt vorher erobern oder irgendwie sowas. Da hast du die schon gekriegt. Und jetzt musst du sie wirklich komplett durchmachen. Das ist aber zu schaffen. Ich habe das jetzt auch geschafft in der Zeit bis heute, von Freitag bis heute, weil die, äh, der PTA läuft ja nur noch bis Freitag. In der Gruppe geht das aber wesentlich schneller, wenn man die unbedingt haben will. Ähm, alleine wird es ein bisschen schwierig, wenn man dann, also, ich denke mal, zwei Klassen spielen muss, um, ähm, äh, sechs 55er zu laufen mit sechs verschiedenen Klassensets. Deswegen müsste man da eigentlich einen zweiten Charme stellen. Aber gut. Das ist auch neu. Das stand nicht so drin. Weil, wie gesagt, hier steht halt gar nichts drin. Hier ist nichts in rot. Das ist noch die alte Übersetzung. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Da steht immer nur das Datum der ersten Veröffentlichung drin. Okay. Dann gehen wir weiter. Carnival. Ja. Anstatt fünf, jetzt zehn Fetische, die am nächsten zu mir stehen, werden einen, äh, starken Poison-Dat, also ein Pfeil, äh, jedes Mal abschießen, wenn ich auch schieße. Das haben sie geändert von fünf auf zehn. Das war auch schon bekannt. Das hat man gemerkt, als man das gespielt hat. Aber, ähm, anscheinend gibt's da immer noch Probleme. Es gibt, äh, Fetzen-Frix oder sowas, äh, die gesagt haben, dass das immer noch nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll. Deswegen will ich das auch gar nicht testen. Ich hatte eigentlich echt vorgehabt, das zu testen, sowohl mit dem Lon, als auch mit dem, ähm, Sunimasa-Bild. Aber wenn ich jetzt schon wieder höre, dass das nicht so funktioniert, wie es soll, hab ich echt keinen Bock drauf. Das geht mir richtig auf den Sack. Und, ähm, na gut. Zehn Fetische, das haben sie wieder zurückgemacht. Das waren vorher, glaub ich, auch zehn oder alle. Auf fünf, jetzt sind's wieder zehn. Ist natürlich gut. Und, solange sich der Schaden nicht aufteilt auf die Zehn, die vorher die fünf gemacht haben, ne? Also, wenn das jetzt fünf, äh, zehn sind, machst du auch vielleicht ein bisschen mehr Flächenschaden. Weil die sich natürlich ein bisschen verteilen. Aber das sind die nächsten Zehn, die nah bei dir stehen. Ich weiß nicht, ob das so wirklich was bringt, ne? Also. Und dann gibt's hier noch so ein paar, ähm, ja, diese, ähm, Akans, äh, Lennies hier. Aber das ist das, glaube ich, schon, ähm, was vorher bekannt war, dass es auf, äh, 75 bis 100 Prozent hoch, äh, gefallert wurde. Können wir hier sehen. Ja, 75 bis 100. Das sind die alten Zahlen, die man's halt auch so kennt. Durchfall, ähm, hier 400 bis 500 Prozent. Das ist auch mit drin. Hier, ähm, Sack of Darts, genau. Aber, Carn Evil ist halt neu dran. Weil ich hatte mich auch, ähm, gewundert von wegen, dass das Zehn machen, als ich die gefunden hatte. Aber das stand halt nicht in den Patchnotes. Jetzt haben sie das mit reingenommen. Naja. So. Das war's aber auch schon. Bugfixes und so, blablabla. How to participate, das ist das Übliche. Das sind die, ähm, naja, 1, 2, 3 Änderungen oder sowas. Äh, beziehungsweise Ergänzungen, die gemacht wurden. Und, ähm, ja, das hier riecht mich halt, ähm, total auf. Äh, richtig Scheiße. Also, das... Naja, wir haben uns so gefreut und jetzt müssen wir die alle wieder freispielen. Also, für jeden Spieler, der sich drauf gefreut hat, auch in der Non-Season. Ätschi, bitch. Ihr müsst Seasons spielen, um das, äh, freizuspielen. Ja, bei Fragen, Sorgen, nöt der Anträge alles in die Comments rein. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.